Los, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dead Island. Wir begeben uns jetzt nochmal kurz hier zurück, weil hier liegt noch irgendwo ein Ausweis rum. Das ist ein Ausweis von irgendeinem Typen. Genau, Polizeiausweis. Ich habe mich echt übersehen. Ja. Gerade hier an der Ecke. Ja, ich weiß, irgendjemand hat den Typen gelootet, aber ja. Ich war da, ich habe den Ausweis übersehen. Okay, dann geben wir es nochmal den Raum von Meduselchen. Hier ist ja auch ein Rundmesser gewesen, wo niemand gelooten wollte und 38 Dollar. Das ist mir doch egal, brauche ich ja nicht. Okay, wo war das jetzt? Moment, ich bin noch nicht unterwegs, ich loot hier Elektroschrott. Du kannst uns ja folgen, du siehst uns ja an dem Symbol. Ja, aber wenn ihr das alles schon durchmacht, bis ich da bin, ist halt vorbei. Hier noch eine Tür. Und die wollte ich jetzt nicht auch noch euch aufmachen. Äh... Klingt nach Zombie. Ach, komm ich schon. Ich glaube hier... Nee, das hat sich total gelohnt hier. Ach nee, geht's noch weiter. Gut. Ja, aber hier waren wir schon. Nein. Ach, ich habe ja den dreckigen Alkohol genommen. Doch, hier waren wir schon. Liebe Kinder, nimm kein Alkohol zu euch. In ihrem Dienst sein. Ja, hier waren wir schon. Stimmt. Na gut, dann war es dann rum. Okay. Dann wieder zurück. Moment, nicht dass wir irgendwie ein Fakt verpassen oder sowas. Ah, unter mir ist eine Werkbank. Oder über mir. Eins von beidem. Aber nicht beides auf einmal. Wohin... Ach, da hinten, wo wir jetzt... Wo ich den Ausweis gefunden habe in dem Raum. Genau. Nee, der daneben. Ich denke, da geht's dann auch weiter. Obwohl der Questfall ja auch schon wieder woanders hin zeigt. Ja, bei mir. Wenn wir euch und ich sind, dann müsste er hin. Ja genau, das ist ja derselbe Raum noch Medu. Okay, nee, hast recht, ist da. Zweitraum. Oha. Oha. Immer auf die Männer. Oha. So Medu, wir machen das jetzt mal. Ich versuche, zu helfen. Was ist los, ist nicht franger? Ach, PC. Äh, ja. Hat die coolt nicht vernünftig. Hey, dieses Mal war ich freundlich, halt so am Telefon. Ich bin ja immer noch... Sie hat versucht, das richtige Ding zu tun. Lass uns die Supply zurück zum Resort und sie aus der Irlande nehmen. Sie ist hier überhaupt nicht gekommen. Ich gehe nach dem Auto schauen. Ja, und was, wenn sie noch einen Fehler machte? Ich weiß nicht, dass sie das wieder machen wird. Ja, was hat die jetzt gemacht? Ich habe echt nicht verstanden. Die wurde von den Punks entführt und vermutlich vergewaltt. Nee, die wollte den... Ja, das hat ich kapiert, aber... Die wollten denen die Sachen bringen. Ja. Ja. Also, die wollte den halt essen. Achso. Ja, die wollte den Vorräte bringen. Das ist halt, ja. Gutmenschtum zahlt sich hier nicht aus. Haben wir eigentlich jetzt schon die Zellentüren geöffnet? Nee. Das war irgendwie ein Quest, die nicht funktioniert hat, oder? Wart mal, haben wir die... Ja, wir sind jetzt weg. Ja. So, ich hol mir erstmal alles von Gin ab. Eingekackert? Ja, nee. Achso, jetzt geht es weiter. Oh, Aufstieg. Oh, ja, und jetzt können wir so Sachen nehmen. Ja, Gott sei Dank. Oh, nee, aber dann muss ich jetzt erstmal Leute Sachen verkaufen, bevor ich da was bei ihr nehme. Ich glaube, da habe ich eh nicht viel eingelagert. Hat jemand Platz für zwei Pistolen, die ich rausschmeiß? Ich habe nur eine Pistole bei ihr eingelagert, die ich wahrscheinlich jetzt mal verkaufen werde. So, ich gehe mal gerade gucken, ob ich noch was... Haben wir eigentlich mittlerweile jetzt eine Schnellreise zu der Polizeistation? Ich glaube, ich kann mal gucken gerade, Moment. Äh, und wir haben Bauplan für Munition und Schrotzlinke nicht gefunden. Ist der da drin? Zur Polizeibache haben wir einen Weg. Zu den Abwasserkanälen, zu den Abwasserkanälen. Zum verlassenen Haus. Ja, nix. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Direktkanal zu der Polizeibache. Also direkt normalen Weg. Ich gucke mal gerade, was wir an Schnellreise da haben. Nö, nur Kirche und Lagerhaus. Wo ist Josef? Wo ist meine normale Waffen, die sind besser als die farbigen Waffen. Das ist rassistisch. Ich war voll rassistisch. Ja, die farbigen Waffen. Gannert Deluk. Hey, hier ist Tim. Taylor? Ich habe Alkohol genommen. Na mal sehen, was können wir? Oder ist schon wieder so weit, dass wir aufhören? Ne, ne, haben wir gerade jetzt angefangen. Achso, ja. Aber ich würde mal mit Tim reden. Äh, schwerer Pistone. Der hat noch ein bisschen was für uns oder irgendeinen Auftrag. Weg damit. Träge Pistole. Ja, die hat mehr Plus. Dann gibt die weg. Und zuverlässige Schrottelte weg. Und die auch weg. Und das erinnert mich daran, dass ich noch einen Fleischköder habe. Wir müssen eh nochmal zur Polizeischektion zurück. Wir haben nämlich jetzt eine Frage der Gerechtigkeit hole. Die Akte aus der Polizei Waffen. Schwierigkeitsgrade schwierig. Belohnung sind 1500 EP und glorreiche Pistole als Bauplan. Können wir dann jetzt ne, die Sidequests machen? Ja, ja. Können wir jetzt ja nach und nach abarbeiten. Ja, und warum steht jetzt die Olle da draußen und geht nicht rein in die Sicherheit? Weil die auf uns wartet. Ach so. Ich habe gesagt. Ja, warum gebe ich denen Batterien? Die brauchen wir doch. Fleisch. Ich habe doch keine Batterien gegeben. Die war doch irgendwo noch eine mit Nahrungsmittelkonserve, oder nicht? Waren die nicht eben so? Ja, da auch. Aber ich meine, hier wäre auch eine gewesen. Oder eine? So. Äh, wer braucht Batterien? Nee. Nur zum Abgeben. Damit er für Strom sorgen kann. Joa. Sieht irgendwie total bescheuert aus, das Ding. Ach nee, von dem bekommen wir Batterien. Ich habe Baseballschläger. Tick, tick. Hier ist ein Starkstrom. Das Ding ist mega fett. Ich glaube, das ist so groß wie ich. Moment, Moment. Guck mal. Ich habe den... Können wir dann auch nochmal reden. Du hast aber einen langen Baseballschläger. Ja. Ja, aber das hier... Moment, Moment. Hier, das hier ist die Hauptquest. Na gut, nee, dann machen wir es erst neben den Quest. Ich glaube, die können wir jetzt wieder anwählen, ne? Ja. Ah, da können wir jetzt nochmal zur Polizeiwache, oder? Ja. Können wir mal gucken, oder ist noch irgendwas in der... Ähm... In der Nähe hier gerade. Ja, wir haben da... Wir haben da... Wir haben da zwei... In der Nähe hier, genau. Ja, zwei Quests. Fest... Äh... Festung Gottes. Ich glaube ich nicht. Da... Ja. Ja, Festung Gottes ist... Das ist aus... Äh... Das ist hier in der Ecke, glaube ich, irgendwo. Ja, und das nächste, das... Das Spionagespiel, das ist... Das können wir doch nicht malen. Nein, das ist nicht in der Ecke, das ist ganz weit weg. Ne, das ist auch gar nicht hier, das ist auch... Ähm... Guck mal auf der Karte, das ist irgendwo ganz links... Westen. Ja, bei den Abwasser... Äh, bei der... Äh, wie heißt die Anlage? Resort, ne? Oder ist es im Dschungel? Nein, nein. Bei mir fehlt es das. Wir müssen in den Dschungel. Das ist klar, dann der nächste Akt. Da sind zwei, äh, also Festung Gottes und Spionagespiel ist dann im Dschungel. Und die anderen beiden sind in der Friedzeiwache. Das heißt, wir gehen zur Friedzeiwache. Das ist so schlimm, wir haben ja die Zählen, äh, Dings gar nicht geöffnet. Genau, das ist... Zählen, wir haben ja nicht geöffnet. Wir haben da noch eine Quest und wir haben ja die Schrotmunition. Ja, oder, oder Dings. Den Bauplan, ja. Ich gehe davon aus, die Schrotmunition ist in einer der, äh... Zellen. Ja, gut sein. Ja, gut, dann machen wir das erst, oder? Ja. Ach, wir wollten ja noch gucken, ob wir da hinten schnell reisen können, ne? Ne, geht nicht, wir haben nix. Dann nochmal den Weg zurück. Auch willkommen, sie gerade darfst du direkt wieder hinlaufen. Ja. Aber ich bin froh, dass ich wenigstens meine Sachen wieder hab von Gin. Die kann jetzt sterben. Also wenn die so, so sorglos mit meinen Sachen umgeht, ohne Scheiß. Dann verträuscht der das an und dann wären die fast weg gewesen. Ja. Überleg mal, wo muss er die eigentlich alle gehabt haben? Ja, der Momo. Das ist so ein großes Auto. Die armen Sachen. Na? Hast du noch Wollt? Ja. Das gehe ich fast drauf. Ja, ich hatte ihn geschockt, deswegen habe ich von ihm abgelassen. Das war ein Schock. Ah ja, wahrscheinlich ist der Weg dann jetzt hier da, wo, äh, da wo ich den Ausweis mal gefunden habe, ne, den Bauplan gefunden habe. Der hatte Seife dabei, warum wohl? Hätte ich ja eher in der Polizeiwache erwartet. Na, du weißt ja, Zombies sollten auf und hinten. Ja, Zombies sollten auf und hinten, ne? Denk an die Seife. Oh, Jungs, ey. So. Ich mag's nicht, wenn Zombies so der Zeit ist. Da rennt die einer hinterher, Olka. Wie? Eine läuft Olka hinterher. Ja, aber ich komme nicht nach. Ach, hier sind wir. Ja, wir sind da. Warte, ich, äh, scheiße, die kommen jetzt schon. Ja, wenn ich mich hier recht entsinne, Moment. Nur nicht alle reingehen, bitte. Einer mal bitte draußen warten. Einer? Du musst leider draußen bleiben. Ja, nach und euch. Die waren nix. Weil, ich dachte, ihr wäre... Also ich glaube, wir hatten hier mal einen Bauplan gefunden. Ja, habe ich vorhin erst erwähnt. Dass wir hier einen Bauplan gefunden haben. Ach, den haben wir ja schon. Ja, könnte ja rein. Ich bin rein. Vielleicht doch das Lettend steckt, wenn alle hier drin sind. Oh. Ich glaube, hier ist doch wieder Alkohol im Spiel. Ja, Alkohol im Spiel. Ja, richtig. Äh, voll der alle wohl. Oh. Äh, jetzt aber mal Molotow. So ganz schläge. Oh. Ich bin gar noch gut ausgegangen. Oh, äh, ein Rammer. Ja, der kommt in hier rein. In den Strom. Nee, ich... Also, die sind schon mal weg. Der hat nicht mehr viel. Weg. Ja. Da war er tot. Und da waren Explodierer. Oh, das war der, oder? Ja, den habe ich schon umgehauen. Oh, das war der, oder? Hm. Der Rest ist einfach weggebrannt. Oh, der hatte mehr Geld. Oh, zieh. Schock, 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 schock. Floll, guckt euch mal an, wie der hier, wie der hier liegt. Wer? Hier ist gar keiner, ich habe, bei mir ist da kein Leiche. Ich auch kein. Bei mir liegt da auch keiner mehr. Komm, screen. Ja, geh mal weg da einer. Danke. So, ich habe gleich einen Screenshot. Sah da ein komisch aus. So, gut, dann kann man rein, ne? Da drin ist noch ein Gehrer, aber das ist ja egal. Na komm, dann mach ich halt glatt. Dann mach ich halt glatt. Gut, jetzt hat das den Beide hochgegeben. War nicht schlecht, ey. Der eine, du mich auch so eine. Du vordest mal von anderen, dass sie die alle lassen, wenn... Ja, es sind alle vorbeigegangen. Einer muss ja drauf daten. Wieso, ich bin auch daten gegangen, damit der PC das machen kann. Und der ist auch gegangen. Ja, der ist auch gegangen. Ja, und was habe ich deiner Meinung nach getan? Da posiert, deutsch Deko. Keine Ahnung, ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich bin unsichtbar. Dachte ich mir schon. So, hier hinten muss nämlich angeblich irgendwo das Ding sein, wo ich halt, äh... Geht noch da drauf, bitte. Ja, jetzt kann ich glaube ich auch so rauf machen. Dann kann man da durchlaufen. So. Boah. Da ist ja schon wieder ein Dicker drin. Aber ich habe Raserei gehüben. So, du bleibst liegen. Kommen wir von hierher. Okay, kommen wir nach. Stopp, weg, weg, weg! Ich habe jetzt nicht mal Schaden gekriegt. Bin fast so. Danke. Oh, nicht mehr noch. Angeblich ist... Oh, das ist doch voll mies. Der ist schon wieder. Da ist noch einer. Das ist meine einzige... Oh, scheiße. Da drin ist der Schalter, ich sehe ihn. Ja. Der war ich noch vorhin drin. Irgendwie hat das noch passiert. Nice. Ich habe sie von hier aufgemacht. Alles klar. Ich mache den gerade noch. Ich versuche es zumindest ihm platt zu machen. So. Das ist glaube ich auch Sinn und Zweck. War wohl nicht, ne? Das nervt mich, wenn man 3-3 aktiviert und dann rumkäme. Das habe ich 0 XP gekriegt. Aber, na doch, noch ein Aufstieg. Das habe ich gar nichts gekriegt. Ach, da ist noch nicht. Äh, nee, du hießt noch eine Kiste. Ich mache gerade mal meinen Aufstieg. Geht ja schnell. Zack. Uh, das ist aber für dich, oder? Ja, das ist nämlich... Ja, dann hau rein. Uh, brutaler Einzelschussgewehr. Ähm, ja. Und dann gebe ich euch aber das. Äh, oh, Schocker, sollte ich operieren. Das soll ich nehmen? Dann nehme ich das. Dann nehme ich das. Ah, ich könnte eine Blutungsbombe nehmen. Also, habe ich hier den Rechner angestellt, damals? Oder was war das? Das ist das Funkgerät, das man anstellen kann. Achso, okay. Hat ich eben ausgestellt. Wo er vorhin hier an war. Okay, ich habe wieder eine Granate in der Hand. Gefährlich. Alle weg von einer. Schmuddelheftchen. Ja, dann reden wir mit dem Rätsel. Ja, wollte nur gerade gucken, ob da irgendwas drin ist. Ja, ich kann es von hier wegziehen. Ja, schön. Ja, äh, ist vorhin nicht durch die Gitterstäbe gekommen. Achso, ja, ähm. Aber nix mehr in den Dings hier drin. Ja, hier, ich habe schon abgeprüft. Da ist in allem nix mehr. Immer reingehen, dass hinter dem Bett was ist. Hinter dem Bett. Da geht ein Baum langsam. Wie hieß der? Ich hatte hier gerade einen Namen. Du warst, du wirst ja, dass der Bauplan, äh, dass das, dass hier noch ein Bauplan war. Meine, als ich es gelesen habe. Aber Bill ist tot. Ja, von draußen hat Bill einen Namen. Warte, wenn man auf und weiter weg geht. Ich gucke mal gerade, was der... Und soll die Suchmähne gleich mal aufscreenen? Uh, der ist gut. Der hat sogar Polizeichnippel ist gut. Der ist gut. Der ist besser als das... Und der ist noch nicht aufgewertet. Da drin war doch ne Werkbank, oder? Wie viel hat der denn bei dir? 394. Mit der 393 so gut finde ich den gar nicht. 314. Ähm, 367. Ich werten wir jetzt gerade auf. Ja, mach mal. Okay, äh, ich sollte auf die andere Mission umschalten. Ja, wir suchen ja eh noch gerade den Bauplan hier drinnen. Ist der hier irgendwo in dem Gefängnisding? Ja, oder wie lange haben wir noch? Noch zwei Minuten. Einen. Ja gut, dann... Dann kann man dann auch aufscreen suchen, Don. Ja. Ja, wir müssen ja eh noch hier drin was weitermachen, also. Ja, ja, klar. Und bevor wir dann wieder, äh, raus switchen und nochmal hier hin müssen, kann man auch einen Räftenbauplan suchen. Ja, eben. Meine Meinung. Deswegen mach ich ja gerade noch weiter. Oh, da ist wieder der Schrank mit den vielen Waffen. Äh, die Schränke mit den vielen Waffen. Äh, die Schränke mit den vielen Waffen. Da ist wieder... Weh, du, hier ist nur mal die Kiste, wo die, wo die gute Schusswaffe mal drin war. What the fuck? Ähm, Pizzi, hast du mir vielleicht zweimal Kleber? Alter. Ähm. Voll weggepackt und tot. Beziehungsweise, ich darf auch noch einmal... Einmal. Ich bin direkt... Ich glaube, ich habe vorhin Kleber aufgenommen. Achso, ja gut, dann wird es später. Ich habe einmal Kleber und zweimal Klebeband. Äh, du bist... Achso, darf ich doch einmal Kleber bitte? Einmal nicht Klebeband. Machen wir zwischen den Folgen, wir machen gerade dann. Achso, ja. Das sind, glaube ich, fünf Stück. Wir können gerade nicht stoppen. Achso, warten wir dann. Das haben wir uns schon wieder gemacht. Die sind wieder vorgelaufen. Nicht vorgelaufen. Okay, ich glaube, ich habe ihn... Kritisch geschnitten. Ja, wir haben ihn nur weiter vorne gesucht. Ja, aber hier ist schon das Ziel, deswegen würde ich jetzt nicht laufen. Quest war ich mir gar nicht ausgewählt. Ja, ihr habt wieder die Hauptquest jetzt, weil... Nee, ich habe die Quest ausgewählt. Ja, ja, stimmt. Ja, dann machen wir dann... Dann machen wir jetzt eine Pause. Genau. So, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss. Peace.